Hallo bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit dem archimedischen Prinzip. Vor über 2000 Jahren wurde das archimedische Prinzip von dem griechischen Gelehrten Archimedes formuliert. Er formulierte folgendes. Der statische Auftrieb eines Körpers ist in einem Medium genauso groß wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums. In allen Flüssigkeiten und Gasen gilt das archimedische Prinzip. Ein Beispiel für die Anwendung des archimedischen Prinzips sind Schiffe. Sie verdrängen Wasser und erhalten so Auftrieb. Befindet sich also ein Körper in einer Flüssigkeit oder in einem Gas, so verringert sich scheinbar seine Gewichtskraft. Diese Erscheinung wird als statischer Auftrieb bezeichnet. Da die mittlere Dichte eines Schiffes geringer ist als die Dichte von Wasser, schwimmt es auf der Oberfläche. Auch Luftschiffe und Ballone nutzen diese Eigenschaft. Sie werden mit Gasen befüllt, die eine geringere Dichte haben als die umgebende Luft. Da die Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit von deren Masse abhängig ist und die Masse einer Flüssigkeit oder eines Gases wiederum von der Dichte und dem Volumen abhängig ist, so kann man auch folgendes sagen. Die Auftriebskraft ist umso größer, je größer das verdrängte Flüssigkeits- oder Gasvolumen ist und je größer die Dichte des verdrängten Stoffes ist. Die Ursache für die Auftriebskraft ist, dass der hydrostatische Druck an der Unterseite bzw. Oberseite eines eingetauchten Körpers unterschiedlich ist. Durch den Druckunterschied wirken unterschiedliche Kräfte auf die Unter- und Oberseite des eingetauchten Körpers. Die wirkende Kraft auf der Unterseite des Körpers ist größer als die auf der Oberseite. Betrachten wir zum besseren Verständnis eine Beispielberechnung. Wir wollen die Auftriebskraft berechnen für einen Würfel mit einer Kantenlänge von 25 cm. Dieser Würfel wurde 10 cm tief unter die Wasseroberfläche eingetaucht. Der Meter Wassersäule ist eine nicht SI-konforme Einheit zur Messung des Drucks, so entsprechend einem Meter Wassersäule, einem Druck von 9810 Pa. Für unser Beispiel ergibt sich bei einer Wassersäule von 0,1 m ein Druck von 981 Pa an der Oberseite des Körpers. An der Unterseite des Würfels herrscht bei 0,35 m Wassersäule ein Druck von 3433,5 Pa. Der Luftdruck addiert sich zu beiden werden und muss in der weiteren Rechnung nicht mehr berücksichtigt werden. So wirkt auf die untere Fläche eine Kraft von 214,59 N nach oben und auf die obere Fläche wirkt die Kraft von 61,31 N nach unten. Die seitlichen Kräfte sind für den Auftrieb nicht von Bedeutung. Der Auftrieb des Würfels kann nun berechnet werden aus der Differenz der beiden wirkenden Kräfte. So beträgt die Auftriebskraft des Würfels 153,28 N. Die Auftriebskraft kann man auch nach dem archimedischen Prinzip berechnen. So gilt nach Archimedes, die auf den Körper wirkende Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft der von ihm verdrängten Flüssigkeit. Die Auftriebskraft berechnet sich nach der Formel F A ist gleich V verdrängt mal Rho-Fluid mal G. V ist das Volumen des eingetauchten Körpers. Rho ist die Dichte des verdrängten Stoffes. G ist der Ortsfaktor der Fallbeschleunigung. Wir erhalten eine Auftriebskraft von 153,28 N. Und man sieht, man erhält mit beiden Berechnungsmethoden dasselbe Ergebnis. Damit der Körper wie dargestellt seine Position beibehält, muss seine Gewichtskraft gleich der Gewichtskraft des verdrängten Wassers sein. Der Körper, in unserem Fall der Würfel, kommt zum Stillstand, da sich alle auf den Körper wirkenden Kräfte aufheben. Nun wollen wir uns anschauen, unter welchen Bedingungen ein Körper in einer Flüssigkeit sinkt, schwebt, steigt oder schwimmt. Wie die Infografik zeigt, wird es erstens bestimmt durch das Verhältnis zwischen Gewichtskraft und Auftriebskraft. Zweitens, es ist abhängig von der mittleren Dichte des Körpers und der Dichte der Flüssigkeit bzw. des Gases. Bis der Gewichtskraft des Körpers eine betragsmäßig gleich große Kraft entgegenwirkt, steigt oder sinkt der Körper. Beim Sinken kann das eine sich ändernde Dichte des Fluids oder der Boden des Bechers sein. Ein Körper hingegen steigt so lange, bis er die Oberfläche durchbricht. Das Wichtigste zu diesem Thema noch einmal kurz zusammengefasst. Das archimedische Prinzip sagt folgendes. Der statische Auftrieb eines Körpers in einem Medium ist genauso groß wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums. So gilt nach Archimedes F-Auftrieb gleich F-Gewicht. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Physik-Playlist. All unsere Lernvideos findest du übersichtlich geordnet unter folgendem Link. Auch steht dir im Google Play Store unsere Level-Up-App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up!